hallo herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal am wochenende steht das richtungsweisende spiel werder gegen union an und ich möchte darauf eingehen dass ole werner immer noch nach der optimalen besetzung sucht da kann ich nicht widersprechen das ist ganz offensichtlich so denn wenn man sich die ersten acht spieltage anschaut dann kann man beobachten dass besonders im sturm aber teilweise auch im mittelfeld unterschiedliche startformationen auf dem platz standen und wenn ich jetzt ohne werner wäre dann wüsste ich nicht wen ständig in die staatelf gegen union ich habe keine ahnung also weiß ich wirklich nicht ja also doch performt schon seit ewigkeiten nicht wirklich gut letzte saison gegen union aus auswärts hat werder mit mit einem gegentor zu null verloren also selbst keins geschossen gegen köln hat dann romano schmied das eins zu eins erzielt das einzige tor gegen leipzig in der letzten saison hat bittenkurt erzielt das einzige tor gegen bayern hat nieder schmidt erzielt was ja eigentlich niklas mit vornamen weiß ich gar nicht genau auf jeden fall schmidt hat das tor erzielt also auch ein spieler aus dem mittelfeld der auch eingewechselt wurde ja und wenn man sich die laufende saison anschaut ich meine mal wenn du schad zwei tore geschossen beides elf meter und ein hat er nur verwandelt weil er dann mit dem kopf noch mal an den ball kam also der sturm hat definitiv ein problem das ist offensichtlich das ein oder andere tor hat der sturm erzielt nach ein wechselung zum beispiel jinma aber was macht man mit dem mittelfeld und also ist ja ganz klar dass die leistung des sturms auch vom mittelfeld abhängen und also die die performance der einzelnen spieler ist so schwankend was mache ich da als trainer wen wen stelle ich auf stelle ich jetzt doch wieder mal bory und box auf die gegen köln ganz gut performt haben schreibt mir in die kommentare wenn ihr darauf eine antwort hat also ist es drängt sich das habe ich ja gestern schon in meinem kurzen video bin ich darauf eingegangen dass zum beispiel ja also immer mal wieder irgendwie auch mal auf der bank sitzt und dann wieder spielt und dann aber auch wieder schlecht performt also keine gute leistung zeigt dasselbe gilt für für jeden stürmer also in den ersten beiden spielen da haben wir noch für kruch und und durch angefangen da hat man am ende dann auch also nicht man sondern der trainer auch zwei spielteile verloren um an einer an einem passenden sturm duo zu arbeiten ja dann hat kuf natzky gespielt mit duksch zusammen hat da nicht wirklich gut performt dann ist damit wollte marte in der startelf gewesen ist da auch wieder ausgewechselt worden dann gab es zweimal duksch bohree da ist bohree dann ausgetauscht worden dann gab es in der startelf der schlecht performt hat duksch hat auch nicht gut performt dann wieder kuf natzky gegen dortmund der einen rabenschwarzen tag hatte und das gilt auch immer wieder fürs mittelfeld romano schmied gegen dortmund kein gutes spiel gemacht cater der verletzt ist zwar gegen hoffenheim gar nicht gut aus nach meinem eindruck auch weil er überhaupt nicht fit ist also egal was ohne werner gemacht hat es gab immer wieder spieler die schlicht einfach nicht gut performt haben ich habe ja auch schon mal ein video zur abwehr gemacht dasselbe bild ja also da ist wirklich die frage was macht ein trainer mit einer mannschaft die also mit einer mannschaft die mit spielern besetzt ist die einfach keine konstante leistung auf dem platz bringen das ist ja auch interessant zu lesen dass beispielsweise mitchell weiser und das ist auch offensichtlich momentan probleme hat einer der leistungsträger in der hinrunde der letzten saison das kann man für diese für die hinrunde bisher in dieser saison nicht sagen sie ist zum beispiel zu lesen werder brems mitchell weiser hat in der bisherigen bundesliga saison immer wieder probleme mit der rückwärtsbewegung wenn wir da an dortmund denken da läuft der julian brandt die mitchell weiser davon und es steht eins zu null drängt sich für mich keine startelf auf klar sind in jenma ist ein tempospieler nur werde als gefordert jetzt gegen union auch das spiel zu machen mit welchem mittelfeld da bitten kurz reißt jetzt irgendwie die klappe auf so nach dem motto wir müssen 100 prozent leistung bringen das ist eine binsenweisheit woher hat man das schon gehört ja also friedel hat es formuliert am ende des tages stehen die spieler auf dem platz und müssen ihre leistung abrufen ja das sind alles ist alles keine neuigkeiten also ganz ehrlich dieses gesaddel brauche ich auch nicht also wieder von dem von dem bitten court noch von dem velko wird der davon redet er würde kein mentalitätsproblem sehen das sehe ich schon ich sehe mentalitätsproblem ja also gegen dort und hat man hat die mannschaft wirklich mal zumindest körperlich und 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 von der leistungsbereitschaft her performt und habe ich auch schon gesagt da war auch definitiv mehr drin wenn man nicht wieder und das finde ich so erstaunlich also velkovic fordert 100 prozent leistung und fordert punkte und ist und er ist derjenige der sich in dortmund aus dem abwehrverbund locken lässt also und bitten court ja gut er hat jetzt gegen dortmund hat er irgendwie körperlich und 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 kämpferisch eine gute leistung gezeigt aber also fußballerisch fällt er schon seit 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 monaten nicht gerade mit glanzleistung auf und macht da jetzt auf dicke hose das verstehe ich also das finde ich unmöglich und da muss ich noch irgendwo lesen lassen bitten court druck auf den trainer ausübt ja also ich bin so ein bisschen ratlos muss ich sagen es drängt sich für mich wenn ich keine start elf auf also wenn man jetzt sich die die leistung der abwehr anschaut dann könnte man könnte man eigentlich könnte man ja man könnte dieselben drei spieler wieder aufstellen das ja auch schon gesagt in meinem video dass ich jungen als einziger links verteidiger auch auf dieser position sehe auch wenn er nicht immer super performt und ja auf dem hintergrund hoffe ich auch dass amos keeper noch nicht spielfähig ist weil der kommt jetzt aus einer verletzung also der ist definitiv nicht 100 prozent fit kann ich mir zumindest nicht vorstellen und daher würde ich da halt eben auch dann wieder friedel und velkovic bringen na gut velkovic ist halt eben mehr oder weniger auch wieder mit verantwortlich für das einzige gegentour gegen dortmund aber nichtsdestotrotz also ich glaube es ist wirklich ratsam in die besetzung mit der start elf einfach auch eine gewisse konstanz reinzubringen weil dieses ständige hin und her probieren hat nicht dazu geführt dass werder konstanz ins spiel bringt und irgendwie eine truppe auf dem platz steht die auch weiß was sie miteinander zu tun hat das ist zumindest mein eindruck ja also demond wird ja spiel fähig sein bitten court weiß ich nicht es ist schwierig also auch ein romano schmied hat gegen dortmund kein gutes spiel gemacht also ich weiß es ehrlich gesagt nicht also die abwehr für mich ist aus meiner sicht relativ klar aber im sturm im sturm im sturm wen bringt man im sturm also bis jetzt ist man ja immer noch auf die suche nach einem sturm partner für duksch da würde ich mir wirklich wünschen dass der ole werner was anderes ausprobiert nur wen bringt man da schreibt mir in die kommentare also wenn seht ihr als als sturm duo also duksch sehe ich überhaupt nicht in der start elf kufnatsky kann man eigentlich auch momentan nicht in die start elf packen und jimmer so und auf dem hintergrund dass das überhaupt nicht klar ist wen bringe ich als trainer in die start elf hinein also wo mit welcher start elf kann ich mir sicher sein dass die mannschaft dann auch entsprechend performt muss auch die frage gestattet sein was hat der trainer damit zu tun dass diese spieler nicht performt hat es eventuell damit zu tun dass ole werner seit acht spieltagen spieler die keine gute leistung bringen dann auch heraus nimmt teilweise schon zuerst in der halbzeitpause das sind alles dinge die mir so durch den kopf gehen und ich habe momentan wirklich keine antwort also ich bin auch was das spiel gegen union anbelangt nicht wirklich zuversichtlich da geht es für mich in erster linie auch darum dass ja das werder wieder eine stabile abwehr hat und sich nicht wieder irgendwelche hirn verbrannten gegentore kassiert die sie im übrigen ja also mit hirn verbrannten ton meine ich tore die sie auch schon ja die sie dann in der nachspielzeit beispielsweise bekommen wenn man sich das beispielsweise anschaut da kann man sehen dass das auch schon in der letzten saison der rolle gespielt hat zum beispiel gegen union ganz spät in der 81 minute hat werder verloren dann gegen leipzig passieren sie zwei tore in der 87 und in der nachspielte nachspielzeit 90 plus 6 oder auch gegen schalke in der 81 und in der nachspielzeit 90 plus 2 also das sind alles keine keine wirklich neuen dinge die da passieren jetzt in der saison und also wenn man sich die beiden spiele anschaut gegen gegen heidenheim 4 zu 2 gegen heidenheim und 4 zu 2 gegen darmstadt da muss man einfach sagen da hat die mannschaft nicht auf dem platz gestanden und also wenn dann welkowitsch davon erzählt es gebe kein mentalitätsproblem das sehe ich komplett anders also sowie die mannschaft gegen darmstadt und heidenheim aufgetreten ist waren die überhaupt nicht auf dem platz das 1 zu 0 nach vierten minute das 1 zu 0 nach fünf minute ich habe auch schon videos zu gemacht frühe gegentore also ganz ehrlich ich bin mir nicht sicher also ich was ich auf jeden fall glaube dass oder werden auch seinen teil dazu beiträgt indem er von saison beginn an rum experimentiert und keine klare vorstellung hat welche startelf eigentlich auf den platz gehört gut muss man auch sagen er hat natürlich auch mit verletzungen zu kämpfen und auch da ist die frage auffällig viele muskuläre probleme adduktoren probleme ist die mannschaft eventuell auch nicht nicht fit oder überspielt also jetzt zum anfang der saison schon überspielt für mich ist ganz klar eines ist für mich ganz klar dass wer das gegen union richtig schwer haben wird und da wünsche ich mir wie gesagt da erwarte ich dass olle werner und auch die mannschaft daran ansetzt eine stabile offensive hinzubekommen und sich nicht wieder irgendwie irgendwelche hirnverbrannten fehler im dressing oder in der raumdeckung gleich wieder aus dem spiel nimmt nach einer viertelstunde schon wieder ein rückstand hinterher laufen muss und ich bin sehr gespannt wie die startelf aussehen aussehen wird und schreibt mir in die kommentare wie ihr das mit der mit der startelf seht ob ihr die idee habt warum die mannschaft insgesamt so schlecht performt warum diese leistungsschwankungen immer wieder auftreten und ja dann sehen wir uns zum nächsten video